6. Kapitel Eine unruhige Nacht 6. Kapitel Eine unruhige Nacht 6. Kapitel Eine unruhige Nacht 6. Kapitel 6. Kapitel 6. Kapitel 6. Kapitel 6. Kapitel 7. 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 Kapitel 8. Kapitel Du wirst es nun auch ganz gewiss nicht wieder tun. Es ist zu spät. Drum, Standepil, pack deine Sachen. So, ade.